Wir sind bei einem Architekten-Event, Aluminium meets Architecture, und haben versucht, gemeinsam Alu-Königstahl und Prefa eine interessante Abendveranstaltung für Architekten auf die Beine zu stellen. Es findet statt im Kurs Adon Hübner. Wir haben versucht, eine ehrwürdige Location zu finden für moderne Architektur, ein bisschen einen Kontrast zu bilden. Wir als Ausrichter dieser Veranstaltung versuchen, interessante Themen zu liefern, bereitzustellen und für mich ist immer ganz wichtig, die Leute zusammenzubringen. Wie man so schön sagt, über das Reden kommen die Leute zusammen. Grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass solche Veranstaltungen davon leben, dass interessante Impulse kommen und interessante Beiträge stattfinden. Und das habe ich heute schon sehr spannend gefunden, vor allem der Kollege aus der Industrie, also von der Firma H.I. Was ich da sehr spannend gefunden habe, ist Neues über den Werkstoff Aluminium zu erfahren und auch wie Legierungsprozesse, Recyclingprozesse und ähnliches funktionieren. Und das sind schon sehr, wie soll ich sagen, bildungserweiternde Momente, die man genießt. Mir hat die Veranstaltung sehr gut gefallen, vor allem weil sie sehr locker war. Angenehme Atmosphäre, angenehmes Entree. Sehr gut, vor allem hat mir gefallen der Vortrag von Love Architecture, die extrem bodenständig rübergekommen sind und ganz klar ihre Meinung vertreten, wo Architektur steht, was die Ideen sind. Also für mich selber, ich habe es genossen, ich mag Vorträge, also ich bin eine Rampensau und mag das eigentlich gerne, über die Arbeit zu reden, weil Architektur dauert lange. Also ein Haus entsteht nicht innerhalb von fünf Minuten, sondern es dauert Jahre, bis es wirklich realisiert ist. Und es ist schon toll, in kurzer Abfolge über viele Projekte reden zu können, weil damit wird dieses oft sehr langatmige Arbeiten zu einem dynamischen Prozess und das genieße ich eigentlich daran. Also das Schöne an dem heutigen Abend ist das Zusammentreffen mit Kollegen, mit produzierenden Unternehmen, der Gedankenaustausch, auch die Vorträge der anderen Kollegen. Der gesamte Abend ist eigentlich eine Bereicherung. Untertitelung des ZDF, 2020